Hallo, ich bin der Theo. In diesem Video möchte ich eine neue Parkkralle für meinen Sprinter testen. Es stellen sich verschiedene Fragen. Passt die Kralle? Wie ist das Handling? Kann das Rad zerkratzt werden? Ich teste in diesem Fall eine Kralle vom Hersteller Teflafi Modell LG 280. Erste Begutachtung. Das Modell sieht solide aus. Das Schloss ist mit einer Gummikappe verschlossen und geschützt vor Witterungseinflüssen. Insbesondere im Winter wäre es ärgerlich, wenn das Schloss einfriert und nicht zu öffnen ist. Das System besteht aus zwei Hälften, die ineinander geschoben sind. Und über das Lochmuster ergibt sich eine entsprechende Rasterung, in die das Schloss eingerastet wird. Der Anbau. Ging relativ leicht. Zangen von beiden Seiten einschieben. Schloss abschließen. Stift einrasten. Die entsprechende Bohrung. Gummikappe drauf. Und fertig ist der Spaß. Mit einem falschen Sprinter greift die Kralle in das Lochmuster der Felbe. Abbau auch relativ problemlos und schnell möglich. Ja, die Kralle hat einen Platz gefunden in der Fahrradtür. Passt sie wunderbar rein. Das war's schon. Fazit. Solides Modell. Macht was es soll. Kann ich empfehlen. gepfinde. Have. Okej. Spend.